Rostock-Lichtenhagen, 24. August 1992, die dritte Pogromnacht. Mehrere Hundertschaften der Polizei jagen über 1000 Gewalttäter. Zehn Minuten später. Die Gewalttäter sind zurückgekehrt, stecken ein Haus in Brand, in dem mehr als 100 Vietnamesen und einige Deutsche eingeschlossen sind. Von der Polizei keine Spur mehr. Rostock ist ein besonderes Ereignis. Man könnte geradezu sagen, es handelt sich um ein inszeniertes Schurkenstück. In dieser Nacht verändert sich die Republik. Der Rechtsstaat überlässt den Brandstiftern das Feld. Im Vordergrund stehen immer die Brandstifter, aber dahinter stehen ja die Biedermänner, die diese Brandstiftung zwar verbal verurteilen, aber de facto doch in vielerlei Hinsicht begünstigen. Rostock war kein Unfall. Waren die Pogrome nicht logische Folge und vorläufiger Höhepunkt einer Politik, die mit dem Feuer spielt, in Rostock wie in Bonn? Nach Rostock sieht man solche Bilder immer häufiger. Die Asylbewerber werden abtransportiert, der Parole der rechtsextremen Ausländer raus wird nachgegeben. Der Rechtsstaat weicht vor der Gewalt zurück. Alltag in einer deutschen Vorstadt-Siedlung. Rostock-Lichtenhagen war zu DDR-Zeiten eine bevorzugte Wohngegend. Hier lebte vor allem die sogenannte Arbeiter-Elite. Die Wende brachte neben vielen Erleichterungen auch viele Sorgen. Jeder Zweite ist hier inzwischen arbeitslos wie in vielen ostdeutschen Städten. In dieses Wohngebiet wurde Mitte 91 die zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber des Landes Mecklenburg-Vorpommern gelegt, kurz ZAST genannt. Schon bald war im Haus kein Bett mehr frei. Komm, raus, klüft, nach, nach. Gibt nicht. 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 Immer häufiger wurden Flüchtlinge abgewiesen, mussten oft tagelang auf ihre Aufnahme warten. Ohne Asylantrag gab es weder Verpflegung noch Unterkunft. Den Menschen blieb nichts anderes übrig, als auf der Wiese vor der Zast auf ihre Aufnahme zu warten. Ich bin nicht ausländerfeindlich, aber wie die sich hier bewegen, das geht auch gegen jede deutsche Norm. Es ist ganz schlimm. Wir haben jeden Tag 10 bis 20 Diebstähle hier und vornehmlich sind es die Rumänen, die uns die Sorgen bereiten. Es ist unmöglich, dass hier in so einem Wohngebiet so ein Asylaufnahmelager hier überhaupt entstanden ist. So schnell wie möglich müsste dieses Ausländeraufnahmeheim hier geschlossen werden und nach außerhalb verlegt werden, so wie man uns das vom Senat versprochen hat. Und trotz vieler Versprechen monatelang nicht gehalten hatte. Und dies, obwohl der Rostocker Oberbürgermeister die Gefahr schon im Juli 91 erkannt und den zuständigen Innenminister auch dringend gewarnt hatte. Mehr als ein Jahr vor den Pogromnächten schreibt er, Gewalttätigkeiten gegenüber ausländischen Bürgern nehmen zu, schwerste Übergriffe bis hin zu Tötungen sind nicht mehr auszuschließen. Trotzdem ließen die Verantwortlichen zu, dass die Situation sich immer mehr zuspitzte. Und dabei wurden Lichtenhagen nicht mehr Asylbewerber zugeteilt als den Zentralstellen anderer Bundesländern. Auch dort leben Menschen oft unter unwürdigen Bedingungen. In Lichtenhagen fielen sie besonders ins Auge. Indem Asylbewerber in großer Anzahl über Monate draußen vor dem Haus, vor dem Sonnenblumenhaus in Lichtenhagen, den Tag verbrachten, die Nacht verbrachten. Und das mag für die Außenstehenden dazu geführt haben, das ist wohl jetzt zu viel. Da kann man sehr wohl ein Bild schaffen, was diesen Eindruck schon erweckt. Seit Frühjahr 1992 lagerten täglich 200 bis 300 Asylbewerber rund um dieses Haus. Ohne sanitäre Einrichtungen, ohne Kochgelegenheiten, eigentlich ohne alles. Unzumutbar für diese Menschen, unzumutbar auch auf Dauer für die Anwohner. Die Situation wurde immer bedrohlicher, immer brodelnder. Ich habe die große Sorge gehabt, dass das irgendwann zu Übergriffen der Bevölkerung kommen wird. Diese Sorge, dass das darauf hinausläuft, war mit hinten zu greifen. Bei den Rostocker Lokalzeitungen kündigen wenige Tage vor dem Pogromwochenende anonyme Anrufe eine heiße Nacht und eine gewaltsame Lösung des Asylantenproblems an. Eine Lichtenhagener Bürgerwehr will die Zast aufräumen und Ordnung schaffen. Dass der Asylbewerber also sofort von der Wiese herunterkommt, dass also dieser Anlass erstmal weggenommen ist, das hat sich also dann in den nächsten Tagen, Mittwoch, Donnerstag, Freitag herausgestellt, dass das so nicht passiert ist, obwohl ich also das jeden Tag wieder angemahnt habe. Und ich habe, nachdem ich mit dem Innensenator gesprochen habe, mit Herrn Rusch, Abteilungsleiter in Schwerin, im Innenministerium, zuständiger Abteilungsleiter gesprochen, aber der eben auf meine Forderung hin, jetzt sofort zu erreichen, dass die Asylbewerber dort von der Wiese herunter sind, eben auch nicht die entsprechenden Maßnahmen, die er als zuständiger Abteilungsleiter hätte einleiten können, eingeleitet hat. Am Freitag, unmittelbar vor diesem Wochenende, werden die Drohungen noch konkreter. Drei Männer kündigen an, dass die rumänischen Roma aufgeklatscht werden sollen und prophezeien, die Leute, die hier wohnen, werden aus den Fenstern schauen und Beifall klatschen. Und so kommt es dann auch. Asylklatschen! Samstagnachmittag, 16 Uhr. Erst im letzten Moment sind die Asylbewerber vor der johlenden Menge in Sicherheit gebracht worden. Jugendliche aus der Umgebung greifen als erste zu steigen. Von der Polizei ist zu diesem Zeitpunkt nichts zu sehen. Trotz der Drohungen, trotz der sich seit Stunden aufschaukelnden Stimmung. Sie kommt erst, als es zu spät ist, weder vorbereitet, noch entsprechend ausgerüstet. Nach mehr als einem Jahr aufgestautem Bürgerzorn, nach vielfachen Warnungen an alle Verantwortlichen in Stadt und Land, steht Lichtenhagen an diesem Abend in Flammen. Es ist offensichtlich wirklich so gewesen, dass es Absicht war, hier ein Szenario entstehen zu lassen in Rostock-Lichtenhagen vor der Zast, das Boot ist voll, wir können nicht mehr. Und man hat Möglichkeiten, die man gehabt hätte, um dort die Situation zu entspannen, nicht genutzt. Möglichkeiten wie zum Beispiel dieses Haus hier. Ebenfalls in Lichtenhagen gehört eine Gesellschaft, die zum Teil der Stadt und dem Land gehört. Das heißt, Politiker hätten Einfluss nehmen können auf die zwischenzeitliche Nutzung solcher leerstehenden Gebäude. Sie haben es nicht getan und sie haben es erklärtermaßen auch nicht gewollt. Selbst als schon konkret Gewalt angedroht wird, verweigert der Rostocker Innensenator Magdanz die offensichtlich mögliche Umquartierung. Wenn wir weitere Unterkünfte zur Verfügung stellen, kommen noch mehr Asylsuchende. Man hat in gewisser Weise mit dem Feuer gespielt, indem man die Zustände über Wochen geduldet hat, indem man geduldet hat, dass sich Emotionen aufheizen zwischen Bevölkerung und Asylbewerbern. Und das alles geschah eigentlich unter den Augen der Verantwortlichen. Und sie wussten genau Bescheid, was da sich anhäuft. Und in welchem Ziel, denken Sie, ist das passiert? Ich glaube, dass man sinnfällig machen wollte. Wir Kommunen und Land werden mit dem Problem nur fertig, wenn das Grundgesetz geändert wird. Und das ließ sich dafür ganz gut instrumentalisieren. Am selben Tag, da in Rostock die Gewalt gegen Asylbewerber eskaliert, kündigt die SPD ihre jahrzehntelang hochgehaltenen Grundsätze zum Asylrecht auf. Ein Herzstück sozialdemokratischer Politik, glaubte man den früheren Beteuerungen führender Genossen. Die SPD hat dem Druck einer jahrelang betriebenen Kampagne der CDU-CSU zur Änderung des Grundgesetzes nicht mehr standgehalten. Ein Druck, der zunehmend auch von sozialdemokratischen Kommunal- und Landespolitikern ausgeübt wurde. Bremens SPD-Bürgermeister Wedemeyer hatte schon im Sommer 1991 die Stadttore für rumänische und polnische Asylsuchende schließen lassen. Und damit der CDU eine glänzende Vorlage für den anstehenden Wahlkampf geliefert. Mit der Parole Asylmissbrauch beenden gingen die christlichen Demokraten auf Stimmenfang. Die Bonner CDU-Zentrale hatte langfristig eine Kampagne vorbereitet. Im September 1991 forderte der damalige Generalsekretär Rühe CDU-Vertreter auf, in den Kreisverbänden, in den Gemeinde- und Stadträten, den Kreistagen und den Länderparlamenten die Asylpolitik zum Thema zu machen und massenhaft Resolutionen zu verabschieden. Er legte auch gleich einen Musterantrag bei, in dem schon vorformuliert war, dass weitere Asylbewerber von der Gemeinde nicht zu verkraften seien. Der Name der Stadt brauchte nur noch eingetragen zu werden. In Wahlanzeigen machte die CDU weiter Stimmung mit dem gefährlichen Schlagwort vom Asylmissbrauch, der nur durch eine Grundgesetzänderung abzustellen sei und drohte, sonst kommen weiter massenhaft Scheinasylanten. Das ist dann Sache der SPD. In den Monaten August und September 1991 werden dreimal mehr Asylbewerberheime angegriffen als im halben Jahr vorher. August und September, das ist die Hochzeit der Asyldebatte. Im sächsischen Hoyerswerda werden die Flüchtlinge nach tagelangem Bombardement mit Brandsätzen und ausländerfeindlichen Sprechkören weggebracht, mit Polizeischutz und unter dem Beifall der Bevölkerung. Der Rechtsstaat, der das Gewaltmonopol beansprucht, weicht vor der Gewalt zurück. Die Bevölkerung feiert den Abtransport der Asylbewerber wie einen Sieg. Die Täter fühlen sich regelrecht zu neuen Anschlägen ermutigt. Pogrome gegen Ausländer passieren jetzt täglich, oft an mehreren Orten gleichzeitig. Doch die Parteien lassen von dem Thema nicht mehr ab. Die nächsten Wahlen stehen vor der Tür. In Baden-Württemberg und in Schleswig-Holstein. Umfragen machen deutlich, vor dem Wahlkampf ist die Asylfrage in der Bevölkerung von untergeordneter Bedeutung. Im Wahlkampf wird sie zum alles beherrschenden Thema. Das ist Wasser auf die Mühlen der rechtsextremen Parteien. Sie packen die alten Parolen wieder aus, die die Christdemokraten längst übernommen haben. Doch die ansprechbaren Wähler ziehen das Original der Kopie vor. Die großen Parteien verlieren. Die rechtsextreme DVU kommt in Schleswig-Holstein auf über 6 Prozent. In Baden-Württemberg machen die Rechtsextremen ähnlich Stimmung. Die Deutsche Liga mit einem besonders widerlichen Wahlspot. Ich mit meiner Familie warte auf Asyl. Aber mir nichts passiert. Nichts Arbeit. Gut Anwalt. Nichts kostet Geld. Essen nichts kostet. Neue Zahn nichts kostet. Schöne Hotelwohnung mit Fernseher. Der vorgeführte Asylbewerber ist ein Deutscher, gemimt von einem schwäbischen Kleindarsteller. In Baden-Württemberg erreichen die Republikaner gar ein Rekordergebnis, wieder auf Kosten der großen Parteien und wieder mit Parolen, die inzwischen von Politikern der Mitte hoffähig gemacht wurden. Ab Sommer 1991 erscheinen in vielen Zeitungen immer häufiger solche Bilder. Parolen wie das Boot ist voll gehören auch zum festen Sprachgebrauch vieler Politiker und Journalisten. Immer häufiger tauchen Begriffe wie Strom und Flut im Zusammenhang mit Flüchtlingen auf. Der einzelne Mensch geht in der Masse unter. Solche Bilder und Sprachbilder signalisieren, diese Masse bedroht uns. Wir müssen die Asylantenflut stoppen. Einige Medien funktionieren als Sprachrohr der Politiker, suggerieren eine unmittelbar bevorstehende Katastrophe, die abgewehrt werden muss. Das sind alles jetzt nur wenige Beispiele dafür, wie aus den Medien heraus, aus der Politikerrede heraus, eben Angst gegenüber Einwanderung, gegen Einwanderern geführt wird. Kommt das eher zufällig zustande? Ist das also sozusagen fahrlässiger Umgang mit der Sprache oder wie sehen Sie das? Also das möchte ich eher so sagen, dass es teilweise bewusst eingesetzt wird. Also diese Parolen sind von Nazis und auch heutigen Rechtsextremen erfunden worden. Die hat es also auch schon im Vorfeld des Dritten Reiches gegeben. Die gleichen Parolen? Die gleichen Parolen und die gleichen Bilder, die verwendet worden sind. Wenn man da die Presse analysiert, dann meint man teilweise zumindest, man schaut in heutige Zeitungen rein. Das Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung hat die Alltagssprache auf rassistische Haltungen und Handlungsbereitschaft hin analysiert. Professor Jäger hat diese Arbeiten unter dem Titel Brandsätze herausgegeben und dabei eine außergewöhnliche Schreibweise gewählt. Die Grundthese lautet, dass Brandsätze, die im Alltagsgespräch, in den Medien und so weiter geäußert werden, Brandsätze im Sinne von Molotow-Koktals und so weiter zur direkten Folge haben. Und wie läuft dies ab, also auch mit politischen Reden? Ja, also es werden durch diese Sätze der Politiker, Sätze am Stammtisch, in den Familien und so weiter, in den Schulen nicht zu vergessen, Haltungen hervorgerufen, die zu Handlungsbereitschaften führen und unter bestimmten Bedingungen eben auch umgesetzt werden in Taten und Tätlichkeiten. Vorwiegend dann natürlich durch Jugendliche, die sich's trauen, die sagen, gut, wir vollziehen das, was ihr ja eigentlich wollt, ihr fühlt euch nur zu klapprig und zu alt oder ihr seid auch schon zu stark eingebunden ins bürgerliche Leben. Und das erklärt sich auch, weshalb Rassismus als Jugendproblem erscheinen kann, aber in Wirklichkeit ein Problem der gesamten Gesellschaft ist. Rassismus entsteht aus der Mitte der Gesellschaft und nicht von den Rändern her. Rostock-Lichtenhagen, Sonntagabend, die zweite Pogromnacht. Die Zahl der gewaltbereiten Jugendlichen ist auf circa 800 angewachsen. Das sind vielleicht, sagen wir mal, 20 Stück vom harten Kern oder so, sind besoffen. Das sind vielleicht Neonazis oder so, sagen wir mal so. Aber nicht die Leute, die da stehen auf der Brücke und die endlich mal was tun wollen für uns, weil wir ja nicht können. Ich meine, sie sind eine Frau und so. Wir haben eben nicht die Power dafür und so. Es ist schlimm, dass wir diesen Bürgern, die heute hier den Protest zeigen, Recht geben müssen. Es ist schlimm. Hoffentlich werden jetzt die Verantwortlichen mal aufmerksam auf diese Probleme. Denn das sind ja keine Asylanten im herkömmlichen Sinne, das sind in meinen Augen Schmarotzer, die auf unsere Kosten auf dem arbeitenden Menschen hier sich den Fett machen wollen. Immer wieder können die gewalttätigen Jugendlichen in der applaudierenden Menge untertauchen. Es dauert bis spät in die Nacht, ehe die Polizei die Situation einigermaßen unter Kontrolle hat. Montagnachmittag. Bundesinnenminister Seithers unterbricht einen Flug nach Berlin, um sich in Rostock selbst ein Bild zu machen. Denn inzwischen gehen die Bilder von Rostock um die Welt. Doch er fährt nicht etwa nach Lichtenhagen, sondern zur Pressekonferenz in die Polizeidirektion Rostock. Bitte sehr. Ja, meine Damen und Herren, dies ist ja sicherlich nach übereinstimmender Einschätzung ein Vorgang, der das deutsche Ansehen in der Welt schädigt und der auch geeignet ist, das Bild vom ausländerfreundlichen Deutschland zu trüben und zu beschädigen, das wir ja auf jeden Fall erhalten wollen. Aber wir müssen handeln gegen den Missbrauch des Asylrechts, der dazu geführt hat, dass wir einen unkontrollierten Zustrom in unser Land bekommen haben. Ich hoffe, dass die jüngsten Beschlüsse der SPD, sich an einer Grundgesetzergänzung zu beteiligen, endlich den Weg freimachen. Nach zwei Tagen brutaler Gewalt gegen Menschen, Angst um das Ansehen Deutschlands, wieder die gefährliche Vokabel vom Asylmissbrauch und die Forderung, das Grundgesetz zu ändern. Die Gewalt wird erst in zweiter Linie verurteilt und dann auch nur halbherzig. Dass das natürlich teilweise umschwappt, wenn man in der Menge ist, dafür habe ich auch Verständnis. Aber Verständnis habe ich nicht gegenüber großer Gewalt von Gewalttätigen, die sich da einmischen und Unterschlupf suchen unter diese Meinung und dann ihre Angriffe vortragen. Natürlich hat keiner der Politiker die Gewalt gut geheißen, die sich da abgespielt hat. Zugleich hat man aber vor dem weiteren Zuzug von Einwanderern und Einwanderinnen gewarnt, hat also diesen Zuzug als Ursache für das Entstehen dieses terroristischen Rassismus dargestellt. Und das war die Grundlage nun dafür, diese Ereignisse dafür zu instrumentalisieren, eine Änderung des Artikel 16 des Grundgesetzes einzufordern. Das heißt also, letzten Endes sind hier die Opfer dieses Pogroms zu Tätern umfunktioniert worden. Sie sind dafür verantwortlich, dass es zu diesen Eskalationen gekommen ist. Und werden deshalb auch von der Polizei abtransportiert. Erneut weicht der Rechtsstaat der Gewalt. Auffällig nur, dass an diesem Montag in wenigen Stunden möglich ist, was den Verantwortlichen zuvor eine ganze Woche lang nicht gelingen wollte, trotz massiver Drohungen. Wer wurde von der Räumung informiert? Mitgeteilt habe ich das dem Herrn Rusch vom Innenministerium. Und kurz danach rief der Herr Deckert von der Einsatzleitung an, dem habe ich das auch mitgeteilt. Wie ungefähr war Ihr Gespräch? Er rief mich an und sagte, sicherlich aus der Information von Herrn Rusch heraus, Sie haben die ZAS leer geräumt. Und da habe ich gesagt, ja. Und dann hat er zu mir gesagt, dann wäre keine Motivation da, der Polizei um ein leeres Haus zu bewachen. Habe ihm dann gesagt, wenn sich in den Abend- und Nachtstunden Asylbewerber melden, werden sie aufgenommen und untergebracht. Und ihn gleichzeitig darauf hingewiesen, dass im Haus 19 die vietnamesischen Bürger wohnen. Und dass die Angriffe sich nicht nur auf unser Haus, sondern auch auf das Haus 19 gerichtet haben und richten werden. Die Vietnamesen sind noch zu DDR-Zeiten als Arbeiter angeworben worden. Über 100 leben seit Jahren im selben Wohnblock. Bei den Vietnamesen sind in den Nächten zuvor weit mehr Scheiben zu Bruch gegangen als bei den Asylbewerbern. Die waren in der ZAS gleich nebenan untergebracht. Wegen der massiven Angriffe auf das Haus der Vietnamesen Samstag und Sonntag hatte die Wohngesellschaft für Montag besondere Vorkehrungen getroffen. Wir sind durch alle Räume gegangen der Vietnamesen und haben sie darauf hingewiesen, dass sie sich entsprechend verhalten, dass man wieder mit Provokationen rechnen muss, dass sie die Zimmer abdunkeln, dass sie nicht heraustreten, dass sie keine laute Musik abspielen, dass sie auf Provokationen nicht reagieren, also dass Ruhe herrscht im Haus. Und sie waren eigentlich auch eingeschüchtert, muss man sagen. Also wir sind durch die Räume gegangen und ich kann das eigentlich gar nicht immer wieder erzählen, es war schon beschämend, dass man eben Angst haben musste um diese Menschen. Da waren kleine Kinder dazwischen und... Ja, es fällt mir schwer, darüber zu sprechen eigentlich. Montagabend, die dritte Pogromnacht. Es ist keine Polizei mehr zu sehen, als die ersten Brandsätze ins Haus der Vietnamesen fliegen. Und sie wird auch in den folgenden anderthalb Stunden nicht erscheinen. Trotz der eindeutigen Erkenntnisse über die Gefährdung der Vietnamesen, trotz der vielen von diesem Moment an einsetzenden Notrufe. Die Vietnamesen sitzen mit ein paar Deutschen in der Falle. Die Chaoten sind unten durch die Tür eingedrungen. Ich habe schon telefoniert. Die Polizeieinspektion Lüttenknein hat es nicht begriffen. Die haben es nicht begriffen, was hier vorgeht. Vor den Gewalttätern versuchen sie sich in das Gebäude nebenan zu retten. In die Zast, weil die noch nicht brennt. Innenminister Kupfer wird das am nächsten Morgen ganz anders darstellen. Die Zast ist in Brand gesetzt worden, nicht jedoch der benachbarte Gebäudeteil, in dem seit mehreren Jahren vietnamesische Staatsbürger wohnen. Mittlerweile ist uns bekannt geworden, dass einige vietnamesische Staatsbürger aus welchen Gründen auch immer in die Bereiche der ehemaligen Zast sich abgesetzt hatten. Das klingt so, als hätten die Vietnamesen gegen die Hausordnung verstoßen oder gar Hausfriedensbruch begangen. Die vietnamesischen Staatsbürger haben sich über das Dach ihres Wohnblocks auch Zugang zu den Räumlichkeiten der bisherigen Zast verschafft und sich in den oberen Stadtwerken aufgehalten. Das ist mittlerweile uns bekannt geworden. Ich kann hier nochmal feststellen und lege großen Wert auch darauf, dass keinem vietnamesischen Staatsbürger eine Verletzung gegeben hat oder durch die Brandeinwirkung etwa Schädigungen an der Gesundheit eingetreten sind. Im letzten Moment können sich Vietnamesen und Deutsche aus eigener Kraft in Sicherheit bringen. Ich bin nur der Leiter der Außenstelle des Bundesamtes für die Anerkennung aus den Flüchtlingen. Das habe ich mir nicht vorgestellt unter Asyl hier. Ist das wirklich nicht? Und ich denke auch, vielleicht gehe ich jetzt ein bisschen zu weit, das sollte Konsequenzen haben bei denen, die damit Politik machen. Die Landesregierung verurteilt jede Form von Gewaltanwendung. Dafür ist in einem Rechtsstaat kein Platz. Sie verurteilt insbesondere die menschenverachtende Brutalität, mit der ein erheblicher Teil der Gewalttäter gegen die Polizeikräfte in Rostock vorgegangen ist. Kein Wort des Bedauerns für die Vietnamesen, kein Wort der Kritik am Versagen der Polizei, dafür Verständnis für den Frust der Polizisten. Der lässt sich politisch wieder ganz gut nutzen. Die Meinung der vor Ort eingesetzten Polizisten ist schon so, dass gesagt wird, dass die Beamten dort in vorderster Linie ihre Haut zum Markt getragen müssen. Und die Ursachen, die in der großen Politik liegen, so wie gesagt wird, werden nicht gelöst und beseitigt. Und der unkontrollierte Zustrom von Asylbewerbern ist bisher nicht unterbunden worden. Die Vorfälle der vergangenen Tage machen deutlich, dass eine Ergänzung des Asylrechts dringend erforderlich ist, weil die Bevölkerung durch den ungebremsten Zustrom von Asylanten überfordert wird. Indem man immer wieder behauptet, wir würden durch eine Grundgesetzänderung diese Probleme lösen, wird ja den Tätern sozusagen das Motiv nachgeliefert. Und sie können sich ja ermutigt fühlen. Vielleicht müssen also erst ein paar, so könnte man sagen, Vietnamesen in Deutschland brennen, damit endlich das Grundgesetz geendet wird. Das ist ja sozusagen die Logik, die praktiziert wird und die immer wieder die Brandstifter natürlich ermutigt. Und das sind ja die Biedermänner, die das mit ihren angeblich immer sehr gewaltfreien und gewaltverhindernden Worten und Taten dann tatsächlich hinterrücks tun. Nun fällt ja auf, dass es zu den Gewalttätigkeiten erst in den letzten Jahren kommt. Hat das auch was mit der deutsch-deutschen Einheit zu tun? Viele Westdeutsche haben das Gefühl, dass wir letzten Endes nicht nur 500.000 Asylsuchende haben, sondern 17 Millionen. Und dass da unser eigentliches Problem liegt und umgekehrt sind die Ossis, fühlen sich die Ossis von uns geradezu vergewaltigt, verraten. Das wird alles nicht hinreichend ausgesprochen. Und man findet nun plötzlich eine Gemeinsamkeit in den Fremden, gegen die man sich abgrenzt. Und ich glaube, dass da sozusagen in diesem versetzten Bürgerkrieg, der in Deutschland unausgesprochen präsent ist, ein wichtiger Grund mit für den Gewaltausbruch und die Hinnahme von Gewalt. Zweiter Jahrestag der Deutschen Einheit, am 3. Oktober in Schwerin, knapp 50 Kilometer von Rostock entfernt. Bundeskanzler Kohl und Innenminister Seithers auf dem Weg zu den Feierlichkeiten. 2500 gut ausgerüstete Polizisten sind zum Schutz von Kanzler und Gefolge aufgeboten und ungezählte Sicherheitsbeamte. Helmut, raus! Helmut, raus! Helmut, raus! Als diese Sprechchöre erschallen, ein Schubser den Kanzler aus dem Gleichgewicht zu bringen droht, sind sie gleich zur Stellung. Ursachen, wenn man sie verfolgt in dem Einungsprozess der letzten drei Jahre, liegen im Wesentlichen darin, dass die Demokratie in Ostdeutschland eingeführt worden ist mit einer Politik, die zugleich massiv Vertrauen gebrochen hat. In zwei Punkten hat sich das sehr deutlich gezeigt. Das eine waren die falschen Versprechungen zu Beginn. Falsche Versprechungen an die ostdeutsche Bevölkerung, dass es den meisten recht schnell besser gehen wird und keinem schlechter. Falsche Versprechen an die westdeutsche Bevölkerung, dass keine wirklichen Opfer gebracht werden müssen. Und der zweite Punkt ist eine Privatisierungspolitik gewesen, die jenseits aller Ratschläge der fachlich Kompetenten behauptet hat, dass durch die Privatisierung eine wirkliche Belebung der Wirtschaft möglich ist. Das hat zu Riesenzahlen von Arbeitslosigkeit geführt. Aber warum wendet sich die Wut der Hass jetzt gegen Ausländer? Weil zunächst mal es immer nahe liegt, in diffusen Prozessen Sündenböcke zu finden. Und außerdem hat die offizielle Diskussion dazu auch sehr viel beigetragen. Das Thema Asyl ist derartig von vielen führenden Politikern in den Mittelpunkt gestellt worden, in meiner Sicht als Ablenkungsthema, weil die anderen Probleme viel schwieriger zu beheben sind, dass das dann nahe liegt. Als der erste Einheitsrausch vorüber ist, stellen Deutsche in Ost und West fest, nicht nur die Republik und ihre Bedeutung, sondern auch die Schwierigkeiten sind größer geworden. Da muss doch einer dran schuld sein. Wenn wir keine Ausländer mehr haben, dann wird man sich andere Zielscheiben suchen. Was weiß ich, wir merken es jetzt ja schon, die Aggression und die Gewalt gegen Behinderte nimmt zu, gegen Homosexuelle, vielleicht sind es auch bei Brüllenträger, Sommersprossige, Rothaarige oder was weiß ich, was irgendjemand nicht in den Kram passt. So ähnlich funktioniert das wohl auch am Morgen nach der Pogromnacht. Nach tagelangen Exzessen rechtsextrem motivierter Gewalttäter beginnt die Suche nach neuen Sündenböcken. Diese Störung gehört ausweislich ihrer Herkunft und ihres Verhaltens zum Teil zur Rechts- und Linksradikalszene, aber auch zum Kreis der Autonomen. Die Aktivitäten solcher Gewalttäter beschränken sich nicht auf Mecklenburg-Vorpommern. Wir kennen sie auch aus Brockdorf, aus der Hafenstraße in Hamburg, von der Stadtbahn West in Hamburg und zu Backersdorf. Natis raus! Natis raus! Natis raus! Sonntagabend hatte diese Gruppe in Lichtenhagen demonstriert. Sie unterschied sich schon durch die Sprechchöre deutlich von den rechten Gewalttätern. Herr Schnell, Sie waren als Reporter Sonntagnacht in Lichtenhagen. Was passiert in dieser Situation? Also diese Szenen sind etwa gegen 2 Uhr nachts. Dort sind ca. 200 Linke und Autonome vor die zentrale Aufnahmestelle gezogen, wollten eigentlich die zentrale Aufnahmestelle und die Bewohner schützen. Und dann auf einmal setzte eine Eingreisung dieser Truppe durch die Polizei ein. Und wie man es im Nachhinein auch in der Statistik vermeldet bekam, haben die wohl dann auch recht erfolgreich festgenommen. Und es war eigentlich für den, der es beobachten konnte oder gesehen hat, dass eigentlich diese nur mit Worten Agierenden, dass da eben so viele festgenommen worden sind und von den Randalierern so wenig, das ist eigentlich recht beschämend für die Polizei. Hier stand das natürlich, das Ganze nicht im Verhältnis zu dem, was an den Abenden vorher gelaufen ist und auch an den Abenden natürlich danach. Bei den Rechten ist die Polizei sehr verhalten vorgegangen, bei den Linken haben sie schon eingegriffen, bevor die überhaupt irgendwas haben, machen können. Die Polizei nimmt 60 Demonstranten fest, die Ausländer vor den Pogromen schützen wollten. Dies wird offensichtlich gleich nach Bonn weitergemeldet. Dort kommt eine Woche später der Innenausschuss des Bundestages zu einer Sondersitzung zusammen. Die Woche im Bundestag fasst diese Sondersitzung vom 31. August unter der Überschrift zusammen Asylfrage als eine der Ursachen der Gewalt und zitiert Innenminister Rudolf Seithers mit der Aussage, In Rostock habe es auch erste Anzeichen für ein gemeinsames Zusammenwirken von linksextremen Autonomen und rechtsextremen Skinheads gegeben, die gemeinsam gegen die Polizei vorgegangen seien. Auf die kleine Anfrage der PDS-Linke-Liste nach dem Wahrheitsgehalt für diese Aussage muss Rudolf Seithers passen. Wie es zu dieser den Tatsachen völlig widersprechenden Aussage kommen konnte, erklärt der Bundesinnenminister einfach so. Das Vorgehen der Störer gegen Polizeibeamte, das Werfen lebensgefährdender Brandsätze gegen Menschen, war bislang nur im Zusammenhang mit Ausschreitungen durch autonome, linksextremistische Straftäter bekannt geworden. Der zuständige Minister argumentiert, als hätte es die Brandsätze gegen die beiden libanesischen Mädchen in Hünxe nicht gegeben, an denen die kleine Zainab fast gestorben wäre und sicher ihr Leben lang leiden wird. So, als hätten zuvor nicht hunderte von Brandanschlägen von Rechtsextremisten gegen Ausländer stattgefunden. Als Bundesinnenminister Seithers diese Aussage macht, gibt es tagtäglich an immer mehr Orten Gewalttaten gegen Asylbewerber. Die Erfahrung von Rostock hat die Täter ermutigt. Und dann der Brandanschlag auf die Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus im Konzentrationslager Sachsenhausen. Ein früherer Häftling fürchtet eine politische Parallele. Ich habe nur einen Vergleich und ich hoffe, dass ich nicht recht habe. Die Vorzeichen waren in der Weimarer Republik, die ich als Erwachsener schon erlebt habe. In etwa die gleichen wie hier. Da hat man auch klein angefangen mit Zerstörungen, mit Riesendemonstrationen, mit Schlägereien. Ich habe das in Berlin erlebt. Und was daraus wurde, das ist bekannt. Nun wiederholt sich Geschichte ja nicht. Aber haben Sie den Eindruck, dass sich einzelne Tendenzen, einzelne spezifische Eigenschaften wiederholen? Die Blindheit auf dem rechten Auge hat die Bundesrepublik Deutschland, also die zweite deutsche Demokratie nach der ersten von Weimar, immer geprägt, immer stigmatisiert, immer gekennzeichnet. Der Todfeind war links. Und diese Rechten, Rechtsextremismus, Rechtsradikale, die sind immer behandelt worden, wie man ungezogene Verwandte behandelt. Und das kann man ja auch in der Bekämpfung dieser beiden Extremrichtungen sehen, durch den Staat. Dann schauen Sie, als es galt, die Stärken zu schützen, Industriekapitäne, Manager, Politprominenz, gegen die mörderischen Anschläge der RAF. Da war der Staat da. Da stand der Gewehr bei Fuß. Da zeigte er Flagge. Da war der ganze, die ganze Logistik des Staatsapparates war mobilisiert. Und jetzt, als es galt und gilt, die Schwachen zu schützen, da zeigt sich eine offenbar eingeborene Systemschwäche, diese Pest, diese gefährliche Pest, diese Mordbuberei von rechts, so zu bekämpfen, wie sie zu bekämpfen ist, damit sie von der Straße kommt. Im November 92 fliegen Brandsätze in dieses Haus in Mölln. Drei Türkinnen kommen in den Flammen ins Leben. Die Täter haben ihren Anschlag bei der Polizei mit Heil Hitler gemeldet. Erst jetzt entschließt sich Bundesinnenminister Seiters, einige rechtsextremistische Organisationen zu verbieten. Erst nach diesen Morden zieht Generalbundesanwalt von Stahl die Ermittlungen an sich. Die Folgen der aufgeheizten Asyldebatte haben längst auch die übrigen Ausländer erreicht, die seit Jahren hier leben und arbeiten. Im Ausland mehren sich kritische Stimmen. Nach Mölln steckt auch die Stimmung in der Bevölkerung um. Immer mehr Menschen merken, wohin die aufgeheizte Asyldebatte in Deutschland geführt hat. Die Situation hat sich dramatisch zugespitzt. Wenn jetzt nicht gehandelt wird, stehen wir vor der Gefahr einer tiefgehenden Vertrauenskrise gegenüber unserem demokratischen Staat. Ich sage mit Bedacht, ja eines Staatsnotstandes. Die Menschen erwarten von uns schnell Lösungen. Und zwar Lösungen, die greifen und die dem Missbrauch des Asylrechts wirksam einen Riegel vorschieben. Für den Bundeskanzler droht also der Staatsnotstand. Aber nicht etwa durch rechtsextreme Gewalttäter, sondern durch die Asylbewerber. Sie dienen offensichtlich weiter zur Ablenkung von viel größeren Problemen. 1992 gab es außer in Rostock noch über 2000 Anschläge auf Ausländer. 17 Menschen wurden durch rechtsextrem motivierte Gewalttäter getötet. Doch die politisch Verantwortlichen beschwören weiterhin die Gefahr durch Asylbewerber, machen Opfer zu Tätern. Mit einem Eklat endete heute der Rostock-Besuch einer Delegation des Zentralrates der Juden in Deutschland. Der Vorsitzende des Innenausschusses der Bürgerschaft, der CDU-Politiker Schmidt, sagt auf einer Pressekonferenz dem Zentralratsvorsitzenden Bubis, seine Heimat sei Israel. Die diffamierende Absicht dieser Frage war offensichtlich. Der deutsche Ignaz Bubis sollte als Ausländer abgestempelt werden, weil er Jude ist und weil er sich eingemischt hatte. Am Morgen hatte Bubis Lichtenhagen besucht, wo die Brandspuren an den Häusern noch zu sehen sind. Ein Symbol für den Zustand der deutschen Demokratie, gut zwei Jahre nach der Vereinigung.